Hey Leute, hier ist Martin vom Travian-Team. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, posten wir auf unserem Facebook-Channel jeden Freitag die neuen Server-Starts für die nächste Woche. Aber warum nicht eine neue Runde beginnen mit ein bisschen mehr Gold? Dafür gibt es jetzt jeden Freitag die Server-Lotterie. Was ihr dafür tun müsst? Postet einfach euren Avatar-Namen und den Server, auf den ihr neu starten wollt, in die Kommentare und ihr habt die Chance auf 50 Gold für die neue Runde. Viel Spaß beim Mitmachen und viel Glück von unsererseits. Macht's gut!